ARD Text im Auftrag von Funk 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 Jum, das nenne ich Damage. Weg ist er. Wer geht aus dem X-Wing? Äh, ich, wenn ich noch brauche. Jo, ich hab mit Tech angefangen zu schießen. Wahrscheinlich das weh. Wow, was? Ich fang an zu raiden und es fängt an zu laggen. GG. Kriegst du da... Kann man jemand gucken, ob wir an den Foundations Schaden machen? Ja, okay. Machen wir. Ja, ich hab den Cranks nackt. 9000. Die eine 8000. Oh, das Tank geht eigentlich ganz gut. Ja, ist klar. Oh, bei mir jetzt kann man lenken, muss noch alles rennen, ey. Gegenüber Over of the Clip ist noch was. Ja, hier seitlich bei uns, also links. Ja, dann machen wir das seitlich zuerst. Legst dann rechts und dann erst unten rein. Ähm, Leute zu Fuß, ihr könnt Teleporter suchen. Ja, mach ich. Aber auf Touritz achte. Ja. Lasst unsere Teleporter stehen. Ich hab einen Teleporter gefunden. Sehr gut. Kaputt mache, weg mache. Sehr schön. Raiden, Überraschung links. Heißt, rechts ist auch noch einer. Und Mitte wahrscheinlich auch. Fisch ist grad gekommen, deswegen hab ich weggeguckt. Wieder abgelenkt. Jaja. Ja. Jaja. Ja. Dann mal Kontrolle, ob wirklich einer von deiner ON ist. Konfirmiert, ja. 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 Oh mein Gott. Ja, yeah. Pfff. Ja. Fresh Baba ist online MC Matroschka glaube ich auch Nein, der ist eben disconnected Der wird ja Der wird hinten oben noch eine Techrex von uns Okay, gut zu wissen Fresh Baba ist online, ich habe es in der Aufnahme gezeigt Falls ich es brauche Wow 10.000 Oben im Wasserfall steht auch noch einer drin Sicher? Dann habe ich das letzte Mal kaputt gemacht Nein, der wird immer wieder Nein, der wird immer wieder Da steht halt der Generator, treffst du denn? Nein, ich treffe einfach die von Dayton und fliege halt auch noch 7.000 Ich glaube, ich treffe noch Die sind Strukturen von uns Ja, wir haben hier 3 oder 4 Touristen rum Achso, okay Ist glaube ich schon weg, oder? Nein Die Touristen schießen noch, da merkt man klar, dass der Generator noch läuft Ja, da sind noch mehr Ja, jetzt ist der Generator platt Ja, da sind 4, ich dachte, die anderen sollten wir nur 2 Die Beiß-Animation Immer zwischendurch mal, ne? Generator ist weg, glaube ich Ja, wir sind wahrscheinlich von innen nochmal gepowert Ja, wir werden nicht getroffen Welche Touristen schießt du? Ich siehste nicht Von drinnen sieht das aus Ne, von... von da Da irgendwo Wo? Ah, jetzt hat's aufgekehrt Ja, okay, dann war das eine von denen da Da ist aber noch eine an Ja, da ist ja noch eine Ja, wo schießt ihr denn drauf? Ja, Tür-Tür-Tür-Döne Wow! Was? Da oben sind noch Tourettes Ja, da ist ein Cycle-Blum, ey Ja, ab der Cycle-Blum, ey Ja, ab der Cycle-Blum, ey Von uns, oder? Nein Gegnerisch Bin ich sicher Wo man im Wasserpuffer, wo auch noch im Teleporter steht Wir brauchen mal einen, der die wegsprengt Wo dann? Ich sieh's denn Ja, direkt vorne, da wo wir gerade die Dinge weggemacht haben Weil das ist wahrscheinlich... Oh, wie soll das rum in der Luft? Ja, ja, ja Heavy Turret, und damit kriegen wir sie nicht weg Ich... Da ist noch ein Teleporter auf Da ist noch ein Tank-Generator Kann ich da rangehen und den ausschalten mit eh? Ich... Weil der Rucksack vorne drauf kriegst, sondern... Nee, nee, du kriegst keine Heavy Turrets mit Tank weg Doch, reicht doch Ich hab noch eine Tirret Nein, das ist... Auf wen schießt die gerade Auf mich? Ja, dann geh da noch mal hin. Wenn ich die wäre, hätte ich hier irgendwo einen gesetzt. Der wächst. 250 ist. Oh. Aber wo sind die Turrets? Ähm. Habt ihr gerade geportet? Ja, ja. Hat einer von euch gerade geportet? Wer boostet? Nein, ich nicht. Imki, wo bist du? Oh, no, no. Hat hier einer von euch geboostert? Weil da fliegt gerade einer da. Nein. Ja, ich hab's. Imki, kannst du mal ein Stück weiter vorgehen, dass du von der Turret hier unter mir, also vor mir getroffen wirst? Oder ist das gerade schlecht? Oh, ja, ist schlecht. Wieso? Ich hab die Rüstung gerade weggeschossen, Kret. Wow. Okay. Schießt. Ja, wow. Ich fieg irgendwo hin. Alter. Jetzt halbe ich gleich alle. Schießt mit auf mich. Ach, das ist ein Raketennerv oder so, dann mach ich eben den Generator weg. Mist, lange. Der Generator bekommt nix ab. Unicorn ist auch noch gejoined. Tod ist weg. Ich geh mal kurz nach Hause und reparier mich. Ähm, Bobby, das kommst, glaub ich, hier ohne getroffen zu werden. Lauten looten. Soll ich so lange den Rex benutzen? Ja. Den looten. Alter. Hey, die Turrets do. Hinter uns, ohne. Ich bin gleich leer, oder? Die Turrets stehen da noch, oder? Oder welche Seite jetzt? Unter dir. Unter mir. Sind Lootbags, drei Stück. Ah, Dragon. Kriegst du es hinterher, den Tag Generator kaputt machen? Der Wicket, ich kann meine... Komm mal rüber zu dir. Wo gehst du hin? Ich bin hier unten bei den Lootbags. In Lootbags, ach so, Bomben. Aber Achtung, wenn du hier allzu weit vorgehst, hier drüben. Bin bei der Viva. Na, warte eben. Das Wort ist wieder gescheint. Äh, hier drüben. Drop mal eben. Äh, was willst du für, äh, vier normale, oder? Mach ich schon an Strukturen? Oh, ich kipp, du hast den Skin drauf. Ja, ist soweit. Ja, ist soweit. Auch der von... Übrigens, habt ihr gewusst, dass der, ähm, Rocket Lancer Skin... Ja. Dass der Skin, ähm, 50 mehr Schaden macht? Nein, du bist... Ja, aber das Skin macht auch... Frames weg oder ohne Ende. So, auf diese Entfernung kein Schaden. Mach ich jetzt Schaden? Kannst du mir... Ah, doch, ich mach's Schaden, okay. Nein, gerade nicht. Nein, du machst keinen Schaden. Aber die Foundation hat Schaden, also ich hab... Ja, du hast einmal wahrscheinlich... Ja, jetzt hast du wieder einmal getrunken. Das ist aber übelst wenig Schaden. Ja. Musst du gucken, dass du die, äh, Heavy-Terrorist nicht triffst. Cool, ein Raptor. Die sind leer oder leer? Äh... Die sind leer. Oder legt das gerade? Nein, die schießen noch. Frank Khan, äh, Bobby mit Raketenwerfer drauf. Ja, gut, hab ich noch euch schon auf diese Seiten. Na, die hier bei mir sind leer. Ja, das hält die Generator raus, weiß. So. Ähm... Bobby, hast du C4? Äh, nur ein Raketenwerfer drauf. Ich hab C4, ich hab C4. Alles. Ja, warte, warte, ich mach weg. Okay, ich hab noch viele. Nimm da einfach raus und, äh, mach mal die Ding für mich direkt, dass sie nicht, dass sie dann neun Dinge zum Spielen. Genau, Arthur, ja. Äh, nicht für Draketenwerfer bitte. Warte, ich hab C4. So, wir machen uns, äh, ans Tor vorne. Demnwie, wo bist du? Bobby, du hast ja gar nicht geloot. Äh, ich konnte noch nicht looten. Haben die Schuss noch geschossen. Oh, Drakon, sag doch Bescheid. Ihr habt doch gesagt, dass ich C4 hab. Ui, das war ne ordentlich Muni. Sorry. Wem kann ich Loot Cap, im Drache? Äh, im besten. So, Woody, wie ist die Lage da drin? Ich versuche gerade was zu finden, ich hab nur ein Tech-Schild vorhin. Wir müssen erst mal das Tech-Schild decken, und danach hast gleich noch ne Wand. Dann machen wir das mal aus. Achtung. Wow, was hast du alles in dem Drache drin? Ja, das mach ich gerade auch. Ja, mit sowas kommt man nicht, wait. Bobby, bisschen weg. Was? Der Turret. Ja, mach. Saradin braucht fernohinne Platz, ne? Mori, da musst du kurz laufen können, wenn das Schild fällt. Auf Schild. Nicht mehr schießen. Ah, die, da oben mach ich auch noch kaputt. Ähm, warte hier noch kurz, ich hätte ein Schild kaputt, ich mach noch die Turret hier oben weg. Wolle eine Action? Warte noch kurz. Wenn das Schild fällt, schreib ich. Na, ja doch, mach, 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 mach. So, Schild ist weg. Ab jetzt haben wir nämlich Pirates hier. Auf was schießen wir jetzt? 481 Bullets. Wir schießen jetzt blind da rein. 600 Rifle Bullets. Oh, scheiße, ich hätte die ganze Spieler getroffen. Äh, hör mal auf zu schießen. Moin. Oh, meine Füße ist wieder irgendwo hin, oder? Ja. Haben die schon geradet? Wir raiden gerade die. Achso. Oh, hab was gekillt, ein Saber-Tuch? Warte noch. Wo raiden wir? Wilding. Da steht irgendwas, woran wir auf jeden Fall Schaden machen. Im Moment, wir müssen blind reinhalten. Impey, hilfst du noch mit mit dem reinhalten? Der schreibt nicht, ist der noch on? Guck. Der kann auch nur AFK sein. Wirst dabei sein, ja. Und Unicorn auch. Stimmt, Unicorn ist gerade wieder gejoint. Und nicht gelieft, der ist noch nicht gelieft. Hab keine Lieb-Nachricht gesehen. Ähm, sind die, äh, sind die, äh, Charizard-Style of Alley Player? Okay, sind es Foundation? Keine Ahnung, renne rein, so oder so. Okay, sind es Foundation, ich glaub, die ist gar nicht so schlecht, wenn ihr die abschließt. Der hat noch keinen einzigen Schaden bekommen. Wir sind so weit weg. Oh mein Gott. Ja, wir haben schon einiges an Damage da reingedrückt. Ähm. Weiß aber, wenn wir im Kreis-Server sind. Alter. Kann mal irgendwer hier können, was den Damage machen. 1632 Rifle Bullets. Fresh Baba ist auf dem Server, Fred. Unicorn ist da. Unicorn ist auf jeden Fall da, der ist diskoniert wird. Oh, shit. Ähm, ja. Ja, ich hab grad ein paar Troll-Money gelootet. Ark hat ein 27 MB Update, oder ist das ein Mod-Update? Na, Workshop immer so. Bobby? Yep. Kannst du gucken, ob wir hier Damage machen? Wir sehen nix und wir können leider nicht mit Fernglas selber gucken. No way. Ja, ich treffen da sonst irgendwas, aber... Ja, aber wie falsch ist das... Ich sehe halt selber nix. Ne, du musst auch mit Fernglas gucken, aber wir... Wir können halt nicht mit Fernglas gucken und gleichzeitig... Äh, schießen, weil wir schießen woanders hin, als wenn wir mit Fernglas gucken. Echt? Ja, so anders. Ich sehe halt keine einzige Struppe gerade. Mit Fernglas? So ein bisschen rechts ist mehr. Ne, komisch. Also mehr nach rechts orientierter ist was. Ach, mein Mann, das ist mir schon wieder... Total angehippet. Ja, aber ich bekomme da nix mit Fernglas rein. Weiß nicht warum. Ja, ich komme auch hinten hin. Doch, ja, Sebas. Ähm, nichts. Ne, kein Damage. Selbst wenn wir reinkommen, die haben doch da sogar noch ne Brücke, unter der wir durchmüssen. Und da, wenn wir... Ich glaube, wir müssen bisschen höher schießen. Wir brauchen Tanktiere. Ja, mit dem Bracer müssen wir da nachher rein. Wenn wir in die Höhle reingehen wollen, der Aufgang ist ganz hinten links in der Höhle. Und wenn man reingeht, direkt links oben wird die Base sein. Also man muss da irgendwas tanken gehen. Oh, du kennst wenigstens die Base. Ich kenne die Höhle nicht. Äh, wenn du in die Höhle reingehst, hast du von links von dir zwar noch ein bisschen Platz, aber danach kommt ne senkrechte Wand. Da kannst du vergessen, die hat bisschen Überhang über dich. Dann, wenn du weiter geradeaus gehst, hast du rechts einen Weg. Da müssen Rechse aber schwimmen und links einen Weg. Und in der Mitte halt so ein Pfeiler von der Brücke. Die endet an dem Pfeiler und geht dann noch nach links bis an die Wand durch. Und da ist halt ne Plattform links oben. Ist da jemand in der Base? Ich bin gleich in der Base in 5 Minuten. Ja. Dann bringen wir mal ne weitere Pack-Rustung mit. Ja, ich bringe einfach 3-4 Sets mit. Wieso stehen hier 4 Rechse rum, aber nur 2 Stück schießen? Weil nicht mehr hinpassen. Ja, aber dann sollten wir vielleicht die 2 Stück zurück. Passen, noch mindestens einer passt hier noch zwischen uns. Was ist? Ey, was ist Moritz? Alter, das ist bitter, ey. Dann kommt die wieder. Impil, hörst du was? 1. Moritz. Was? Was hat der Typ geschrieben? Dass sie gerade ne wichtige Besprechung haben. Wir haben gerade leider keine Zeit. Jetzt kommt 5, 6, wir sind schon drin. Wer ist leid gerade? Äh, ne. Wie, er, ne. Ne. Keiner. Ich hab doch ne Sniper in der Hand, aber ich Sniper nicht. Naja, wenn die schon so groß getönt haben, dass wir jederzeit dürfen, sobald wer uns ist, sollten sie nicht auskommen. So, Rex, übernimm du mal meine Position und schieß mal weiter. Smiley. Oh, meine Brustblatt ist schon komplett weg, die hat noch 24 Haltbarkeit, ich muss auch weg. Lauf, Moritz. Ähm, Paul. So, dann geht jetzt gleich die Action los. Bringen wir mal bitte mal schnell weg. Die Gesprächung wird ja ziemlich schnell beendet sind. So, bitte mal an Anna Rex übernehmen. Wollen Sie erfahren, dass wir da gerade unseren Spaß haben? Ähm, soll ich... Moment, ich hol was. Oder jemand anderes geht auf MyRex. Kann ich Rex schießen? Irgendwer, der ne heile Tech-Rüstung hat, einfach schließen. Ja, ich hab ne heile Tech-Rüstung. Aber schießt ihr? Oder tut eure Brustraten einfach und eure Rüstung in die Rexe rein und geht selber holen. Also ich hab ne maximale Errüstung. Moritz, äh, Paul, wenn ich da hinne... Hier ist jemand, hier ist jemand. Oh. Von denen treckt am Wasserfall. Ja, okay. Ja, die kommen jetzt mit Tech-Rex raus. So, dann sieht man die halt aus dem Rexe. Sieh alles zurück, sieh zurück, sieh zurück. Pfeift meinen Rex bitte mit, ich hab mich grad in der Sekunde weggekippelt. Legt jetzt letztlich mal auf Irgendwies Rex. Oder ist er nicht da? Ja, gut. Wenn er rauskommt, krieg ich da gleich von drei Leuten. Ich wollte nicht schießen. Ähm, soll ich mit ne meiner Vivant kommen? Weil das einzig halbwegs starke Tier, das ich auf mich hab. Ja. Aber bringen wir hier ein paar Tech-Rüste mit. Jo, ich komm dann auch mit Vivant. Okay, die stehen genau hinter der Wand, links neben dem Wasserfall. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, die haben sich tippelt. Der Rex würde tippelt. Auch nach hinten schauen. Ich glaub, wir haben den Teleporter nicht gefunden. Ja, wir haben 100% noch den Teleporter nicht gefunden. Ach, da ist der. Big Daddy kommt vorbei. Direkt rein, ja? Du hast keine Turrets auf dem Big Daddy, ne? Kann man nicht. Geht jo net. Ach ja, stimmt, da war es. Das geht nicht. Lauf einfach rein. Moin. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Ich wüsste weg gucken, ey. Und, wie sieht's da drin aus? Ja, ne Wall for the Nars, die erst mal weg muss. Alles voller Turrets. Ja, wir treffen aber direkt nix. Wir treffen, wir ballern da halt die ganze Zeit rein und treffen nichts. Kommt man da mit nichts rein, mit dem Baryonyx reingespeedet oder so? Ja, aber was bringt dir das, wenn du da mit dem Baryonyx drin bist? Bumm. Stürzt du halt. Bumm. Ich komm irgendwie raus. Wenn das B400 noch... Ein bisschen drehen jetzt. Boah, guck mal, ich hab alles verloren. Ja, geh weiter raus, da sind wir direkt nix. Komm raus. Ne, ich blockier. Ich hab ein Freeze. Ne, schießen. Geht wieder. Ach, du ist es. Ach, du ist es. Was sind die ersten vier Mods auf dem Server? Die haben einfach eine Stunde gebaut und die anderen rasen durch. Leute, wenn ihr mich nicht durchschlossen, okay. Ich würd grad sagen, können wir noch weiter nach vorne gehen. Lass ihn durch und jetzt in Weibarn ran. Weibarn. Ja, sah Rudi, ich bin am einloggen. Oh, hier steht doch irgendwo eine andere Weibarn rum. Der soll sich jetzt auf die Weibarn setzen oder sonst irgendwer dwängen oder so. Hier steht doch... Irgendwer hat doch hier eine Weibarn die ganze Zeit gehabt. Ja, die ist jetzt zurück. Oh Gott. Jetzt sind Loot drin. Beim Tank haben die ganze Zeit eine Weibarn gehabt und jetzt nicht mehr. Ey, Leute. Ja, da war Loot drin. Ich lege rechts. Der Rest ist fast tot. Leute, ganz kurz zu tun haben, bitte. Wenn man hochguckt auf den Eingang, liege ich rechts. Ich hab grad ständig kleine Freezes. Der Rex ist tot. Alles klar, es war sein für ein Kackrex. Der hatte... Okay, alles wieder gut. Ich hab halt echt meine Tech-Struktur alles dort drauf verloren. Ja, das ist nur alles weggeschossen. Der war... Turitz? Der hatte einen Standardsattel, deswegen war er schnell weg. Ja. Irgendwie. Hol dir ein Schild mit. Dann rettet ihr ganz schnell mal das Leben. Nicht mal, wie lange brauchst du noch? Äh, 13 von 14. Blacks? 14 von 14. Keine Ahnung. Nö. Und die wollen wir da jetzt weiter reingehen? Kannst du mit 2 Minuten rechnen. Nö, Black nicht. Tanktiere mit einem Parasau... Bliegt einer von uns Richtung vor? Nö. Das heißt von 9. Wer hat gerade das Snipe ausgepackt und Snipe? Tech-Rüstung. Okay, Tech-Rüstung für alle und für Bobby Shadowsteak. Ich werde abgesniperrt. Bobby ist direkt... Deswegen, ja, die sind dann scheitbar Bobby, weil der Rex irgendwie ein bisschen ausrastet. Ich wurde abgesniperrt. Ja, von mir, weil du nicht gecallt hast. Ich habe gefragt, fliegt jemand ein bisschen Richtung Fop? Nein. Dann bekommst du natürlich einen Schuss ab von mir, ganz ehrlich. Hast du auch keinen Schaden an meine Rüstung gemacht, du hast auf ein Schild geschossen. Ich habe einen Hitmarker bekommen, ich habe auf dich geschossen. Ja, aber auf mein Schild. Interessiert doch keinen. Du hast eine Rüstung, ich kann nicht auf dein Schild schießen. Doch. Kann man nicht ein Schild abschießen, wenn das nur ausgerüstet ist und nicht geblockt? Nein, ich habe geblockt. Nein, hast du nicht. Fällt auch egal. Oh, ihr Leute. Oh, ihr Leute. Das ist unledig. Ich bin da mit einer Wirrbahn. Jetzt sind die Base gejoint und bin gerade die Base am Rendern. Mori, hast du Rüstung mitgebracht? Äh, eine, ja. Kannst du mir die geben? Komm, zu meiner Wirrbahn. Ja, ich glaube, ich habe keine Hände. Ich hoffe, deine Hände gehen noch halbwegs. Nö. Das ist am zweiten meistens zerstört. Also bring einmal Hände mehr mit als... Ja, kann ich irgendwo gerade auswählen, doppelt Schuhe. Was für Loot. Haben wir Turret in Wasser? Ganz viel Turret in Wasser. Weibern von uns? Parteise in der Raidbase in die Turrets. Weibern von uns? Ja. Welche Weibern? Wo? Passt. Links. Ja, du musstet hier rum als Player. Einer von denen? Ich. Bei Bobby. Was ist da gerade so still? Kann keiner was sagen? Nein. Ich meine, hier, im Geschehen. Das ist... Das gefällt mir nicht. Ja, weil... Na ja, die sind noch nicht da. Es ist ruhig. Und wir kommen da nicht rein. Aber das gefällt mir nicht, dass da gerade niemand ist. Bobby, willst du, dass etwas passiert? Ich habe was. Nein, aber... Also irgendwas ist da doch... Bobby, wir sind nicht im Hollywood-Film, Mann. Kann jemand mal Tanktiere besorgen? Ja, klar. Ich bin gerade dabei, glaube ich. Ich will nicht zurück. Ich habe zu wenig Frames. Ja, ich habe jetzt aber nur eins auf mich im Printed Golem. Ich kann euch welche hinschicken? Golem. Drei Stück. Golem, drei Stück. Okay. Ich gehe abholen am Nervor. Oder springe einfach in den Golem, hau und in den Spot. Was, Impi? Rausgeboostet. Wer boostet in Richtung Pop? Ich habe gerade gesagt, ich gehe die Golems abholen. Wo wollte ich dann hinboosten? Naja, bestimmt nicht zu fatt. Klappt nicht so gut. Kam es gerade, es sah so aus, wenn du genau so im Wasser vorausgängst. Wow. Äh, Raid? Zu dem TP, Viking Raid. Ja, Viking Raid. Fucking Raid. Gut, kommen drei Golems in. Passt. Und da? Ich hole meine Befehlern, dann kann man auch. Oh, Impi mit seinen. MC Marcos. Ja, okay. Jetzt geht's ab. Äh, hat irgendwer meine Wyvern den Knochen-Skin ausgezogen? Wer ist die Wyvern-Over? Ich. Nein, der Wyvern steht beim Züchten. Neben den Golems. Neben den Golems? Ach, Saru. Äh, Saru, die Warte, der folgt mir noch. Wow. Sag, er blut ab. Er hat noch Gender-Change. Das Trike muss schwimmen, hat dadurch einen Nachteil. Und dann deaktivieren. Unhitsch. Du kommst halt nicht wieder raus, ne? Ich kann nur rückwärts raus. Du kannst rückwärts nicht mehr raus. Du schwimmst, oder sehe ich das falsch? Ja, es geht aber rückwärts. Hab's probiert, bevor ich weiter bin. Und dann müssen wir die echt leer tanken, ne? Super. Boah, das war die Rüstung. Du hast halt mit dem Schwimmel, wenn ich halt Kontrolle, widersteh ich. Mhm. Da kommen die Rockolins. Ah, ich geh mit Strike weg. Rockolim ist besser. Äh. Warum ist deine Brüche, Saru, Rudi? Ich hab den gerade gelabelt. Der hat nur 100. Wicket und Rockolim sind hier auf Wandern, oder ist wer auf Stormtrooper drauf? Wicket, runter. Wir haben alle unsere... Wicket! ...heißen Stormtrooper. Ja, warte doch mal, Junge. Ja, der war mir noch vor. Der boostet gerade hinten, Sir. Einer von denen fliegt gerade vorne, ne? Und geht wieder rein. Ein Rockolim wollte nicht mehr... Da ist jemand an der Seite? Ja, ist einer von denen. Es steht bei der Fop nur ein Golem. Mach den seitlich weg. Nein, drei Stück, die anderen zwei sind schon weg. IMPI! Renn ihn einfach weg. Es wär schön, wenn die Leute Antwortgeppeln für Aufgabe übernehmen. Und nicht einfach irgendwas anderes weiterquatschen. IMPI! Ich bin's, crazy! IMPI! Du bist die Blitze, ne? Ja, wir haben den. Da hat er ein Gegner vorhin. Ah, Nukwa? Ja. Ja, ist ein Gegner. Jo. Ich bin's, dass ich jetzt hier brauche. Wenn du jetzt hier brauchst, dann hast du ganz schön viel. Crazy ist es halt erst auf meinen Admins. Er ist zu der Admins echt, ja. Ich bin's, dass ich jetzt hier brauche. Ich bin's, dass ich jetzt hier brauche. Ich bin's, dass ich jetzt hier brauche. Ich bin's, dass ich jetzt hier brauche.